Schönen guten Morgen beziehungsweise guten Mittag. Für Musiker ist das ja immer so ein wehnbarer Begriff, wenn der Morgen anfängt und wenn's Mittag ist. Wir sind gerade im Alexa, im Konsortempernummer 1 in Berlin am Alexanderplatz und bereiten uns gerade vor. Wir spielen heute zum ersten Mal den Song Schwarz-Rot-Gold. Wir sind das Team live auf der Bühne. Für Rockmusiker immer Rosen. Ganz wichtig. Für Rockmusik immer Rosen. Und wer es mag, der darf auch gerne mal so ein Mettbrötchen nehmen, sich ein Rosenblatt drauflegen auf das Mettbrötchen und dann einfach dieses Brötchen genießen. Leute, anschnallen, denn jetzt geht's zu Frank Sander ohne Gut. Franky Boy! Franky Boy! Franky Boy! Hallo! 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 Marco! Hallo! Das ist die Fraktion! Hallo, Frank! Ja, hier sind wir im Bild und hier im Turm schenken wir dir unsere Reden. Das hat Marc mir schon erzählt, diese ernstlustige Nummer, wenn du magst, wir suchen ja eine Zeile für den längsten Fußballplan der ganzen Welt, die gibt 90 Minuten und die Vierzeile kannst du einreichen bei deinem Erdbeeren. Also wenn dir was Lustiges einfällt, dann, und es wird dir bestimmt, dann kannst du einreichen auf deine E-Mail. Ja, hallo, wir sind jetzt auf dem Weg, richtig kann er kommen, des Mediamarktes, kommt Alexa hier los, zur Bühne. Die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Gig, volle Konzentration, steigert sich bis zum Höhepunkt. Die Fraktion, auf dem Weg zu ihrem ersten Gig, in Berlin, Silly. Hallo liebe Nachbarn, wir haben euch echt gern, nur bei einer Sache, da könnt ihr noch was lernen. Wir fahren gern nach Italien, da gibt's die besten Dings, doch das ist uns Latte, denn wir schlagen euch mit links. Ihr macht die besten Knödel in Tschechien und in Polen, lasst sie euch gut schmecken, gegen uns gibt's nichts zu holen. Racki zum Soufflaki, im schönen Griechenland, ihr schießt keine Tore, unsere Affe ist der Mann. Schwarz, Rot, Gold sind unsere Farben, Schwarz, Rot, Gold ist unser Land. Liebe Nachbarn, bloß nicht ärgern, denn wir spielen euch an die Wand. Ihr könnt anderes achten besser, und da holt euch keiner ein. Doch mit Fußball keine Fragen, werden wir am besten sein.